Herzlich Willkommen! Der Reiseblogger ist heute beim Rodeln. Grüß euch! Wir sind im Zillertal, in Tirol, rodeln heute und zwar gleich am Eingang ins Zillertal. In Fügen gibt es die Verbindung auf dem Berg rauf zum Gogelhof und vom Gogelhof geht es noch weiter rauf bis zum Start der Rodelbahn. Wenn man da rauf geht, sind es ungefähr 3,3 Kilometer bergauf und es sind dann runter 330 Köhnmeter. Also ideale Strecke, auch mit hin und gut zu roben. Ihr könnt hier raufgangen und roben runter zum Gogelhof. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen Transfer nehmen. Der Wirt bringt euch rauf und ihr könnt dann roben runterfahren. Rodelverleih gibt es natürlich auch. Die Details sind alle auf der Seite und wir lassen es uns beim Runterfahren gut gehen. Servus!